Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Kappeck, wenn man sozusagen so eine Vision realisieren will, dann muss man auch das Geld in der Tasche dazu haben, ansonsten wird es schwierig. Warten Sie doch mal ab. Gut, ich muss Ihnen in zwei Dingen widersprechen. Das erste ist das großartige Geschenk von 200 Millionen. Ich weiß nicht, ob es ein Geschenk ist. Ich weiß, der Bund geht in die Finanzierung mit 200 Millionen. Er ging auch bei der Staatsofa mit 200 Millionen in Finanzierung. Jetzt setze ich mal drei Punkte. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich hoffe, das Projekt funktioniert. Die vorhin schon von Frau Hausdorfer angesprochene ÖPP-Finanzierung, die lehnen auch wir strikt ab. Das ist also irgendwo voodoo und bestimmt nicht gut für die Stadt. Zum Thema Unort. Das ist eine hübsche Diskussion, die Sie hier eben losgetreten haben. Ich darf einen der Vorgänger von Herrn Senator Geisel zitieren. Der sorgte dafür, der seinerzeitige Senator für Stadtentwicklung, dass 30 Pflanzen namens Ailantus altissima, schöner Name, Ailantus altissima sind Götterbäume, dort in den Märkischen Sand gesteckt wurden und die siechen seitdem mehr oder weniger optimal vor sich hin und hoffen nun darauf, dass sie erlöst werden von ihrem irdischen Dasein. Das wird dann auch hoffentlich passieren. Das wird dann auch hoffentlich passieren. Die stehen genau auf diesem Baufeld, was zur Untersuchung vorgesehen ist, an der Potsdamer Straße für das Museum der Moderne. Damit zum Thema Unort sicherlich nicht. Aber wir haben hier einen vollkommen vermurksten Stadtraum vor uns stehen, der so seine eigene Geschichte hat, an die man doch ab und zu mal erinnern sollte. Erstens. Dieser Museums- und Kulturstandort, Philharmonie etc. wurde seinerzeit gebaut im Schatten der Mauer. Die Mauer ist Gott sei Dank weg, aber entsprechend sieht das da auch immer noch irgendwie aus von der Struktur her. Dann muss ich daran erinnern, wir haben ja hier im Saal solche Tangentenfreunde. Genau, solche Tangentenfreunde. Im Schatten der Staatsbibliothek sollte mal die Westtangente langgezogen werden, vierspurig. Die gibt es nun auch nicht, aber die Schneise existiert immer noch. Und jetzt habe ich einfach Probleme, ach, sechsspurig, genau. Jetzt habe ich einfach Probleme, darüber nachzudenken. Da fehlt mir einfach die visionäre Kraft, wie Sie im Rahmen eines umfassenden Ideenwettbewerbes diesen merkwürdigen Standort ohne wirklich eine, naja, vierstellige Millionensumme in die Hand nehmen zu wollen. Na ja, das dürfte es vielleicht kosten. Da sagen wir mal, einen entsprechenden Betrag in die Hand nehmen zu wollen und dort diese ganzen Probleme zu lösen. Es geht nicht. Wir werden lediglich. Und dann ist, glaube ich, schon eine ganze Menge gewonnen. Eine ganze Menge gewonnen, uns in die Lage versetzt sehen, dort dieses Museum der Moderne hoffentlich an der Potsdamer Straße zu bauen, um dann in der Folge, und entsprechend ist ja dieser Untersuchungsraum auch gefasst worden, das, was sich so verschämt Piazetta nennt, aufzuwerten, dahingehend aufzuwerten, dass tatsächlich eine platzräumliche Situation hergestellt wird für das Kulturforum, was den Namen Forum dann auch verdient. Das wäre schon viel, viel, viel gewonnen, wenn man das hinkriegt. Was wir uns wünschen, ist eine große Transparenz im Verfahren von Anfang an. Hier schließen wir uns durchaus an den Intentionen der Grünen, die hier schreiben, dass die eingehenden Wettbewerbsbeiträge des offenen Ideenwettbewerbs bereits vor der Jürgierung möglichst öffentlich auszustellen sind, diskutiert werden können. Hier wird in vermutlich sehr kurzer Zeit ein weiterer Pfosten in den Stadtraum gesetzt, der lange Zeit stehen bleiben wird. Und hier besteht seitens der Stadtgesellschaft durchaus der Anspruch, diese Veränderungen öffentlich zu diskutieren. Was denn daraus wird im Sinne der Zusammenführung der Sammlungen der klassischen Moderne, der Nationalgalerie Berlin, das muss man alles sehen. Selbstverständlich betrachten wir auch mit großer Skepsis, dass das, was sich Betriebskosten nennt, hier nirgendwo eingestellt ist, nirgendwo angedacht wird. Alleine beim Humboldt-Forum kommen auf die Preußen-Stiftung etwa 55 Millionen zusätzlich darauf zu, mit der bisher noch niemand kalkuliert. Also hier wird die nächste Pleite offensichtlich programmiert und ich hoffe, dass hier eine Lösung gefunden werden kann. Vielleicht kann Frau Grütters die dann auch noch locker machen. Herr Graf, sprechen Sie mit ihr. Aber weisen Sie bitte die Kollegin Staatsministerin darauf hin, das ist dann keine Einmalzahlung, sondern diese Betriebsmittel sind dann jährlich fällig. Das ist ein ziemlicher Batzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.